Moin zusammen, meine Freunde, grüße euch zu diesem Video. Wie ihr sehen könnt, einen interessanten Handelsblattartikel habe ich hier. Zitat, 2 mit V allerdings geschrieben. Das ist hier so eine Organisation, wie auch immer man das Senden hat, Interessenverband für Elektroautofahrer. Verband fordert Laderabatt für Elektroautos. Benzin und Diesel sollen durch eine Steuersenkung deutlich günstiger werden. Da widerspreche ich vehement. Bei ca. 14 Cent, die aktuell im Raum stehen, für Diesel kann man nicht von deutlich günstiger sprechen, meiner Meinung nach. Dann heißt nämlich weiterhin die Forderung von denen, Ladestrom müsse staatlich entlastet werden, fordert nun der 2. Leute, das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Es ist eine bodenlose Frechheit hier. Chef der Geschäftsführerin des Branchenverbandes 2 in Frankfurt, Wolfgang Weber, sagte der Deutschen Presseagentur, es ist verständlich, dass die Bundesregierung die Autofahrer von den hohen Spritpreisen entlasten will. Dabei müsse im Verkehrssektor aber die Attraktivität eines Umstiegs auf alternative Antriebe erhalten bleiben. Bleibe es bei der aktuellen Unausgewogenheit, gehe die Schere zwischen fossilem und elektrischem Tanken weiter auf. Leute, das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Elektroautofahrer, für denjenigen, der das nicht weiß, bekommen aktuell bis zu 9.000 Euro Prämie. 3.000 Euro bietet der Hersteller als Rabatt auf seine Fahrzeuge. Bis zu 6.000 Euro bekommst du wieder zurückerstattet vom Vater Staat. Sprich, jeder von uns bezahlt jemandem, der gerade ein Elektroauto kauft, diesen Vorteil. Und viel mehr noch. Ich habe mehrfach darüber berichtet in meinen Videos, dass damit wirklich richtig viel Schabernack getrieben wird. Sagen wir mal dieses Wort an der Stelle. Nämlich, dass viele Leute hingehen, sich über die Förderung einen vergünstigten Modell Tesla, Tesla Model 3 kaufen und nach einem halben Jahr, das ist die Mindesthaltedauer für dieses Fahrzeug, viel zu gering meiner Meinung nach, direkt wieder verkaufen. Wohin verkaufen sie es? Nach Schweden, nach Norwegen oder auch Dänemark beispielsweise. Warum nehmen die Leute ein gebrauchtes Fahrzeug, was ein halbes Jahr alt ist, vielleicht schon ein paar tausend Kilometer auf der Uhr hat? Ganz einfach, weil es dort drüben keine Förderung gibt. Und weil durch die Förderung die Fahrzeuge, die hier verkauft werden, immer noch günstiger sind als dort drüben. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Wir im Endeffekt fördern und bezahlen durch unsere Steuergelder erstmal einer gewissen Klientel in diesem Land die Fahrzeuge. Und ich habe Sachen gelesen und Bilder gesehen, sonst würde ich es nicht glauben. Die gehen hin, kaufen auf Mutter, Vater, Frau, Oma, Opa, werden Autos gekauft, es werden sich Parkplätze gemietet, in Tiefgaragen und sonst was. Die Fahrzeuge bleiben dort ein halbes Jahr stehen und werden mit Gewinn verkauft. Leute, was hier abgeht, kannst du dir nicht mehr ausdenken, weil, als Hinweis nochmal, diese Haltedauer des Fahrzeuges von sechs Monaten muss nämlich von einer Person stattfinden und innerhalb dieser sechs Monate kannst du halt nur ein Fahrzeug kaufen. Ja, ganz großes Kino. Würde man meiner Meinung nach hingehen und würde diese Zeit verlängern, was habt ihr jetzt mittlerweile plant, auf sage und schreibe zwölf Monate, ganz toll, dann werden die Preise nur hochgehen, würde man es auf drei Jahre, vier Jahre realistisch machen, dann würde die Fahrzeuge keiner mehr kaufen, weil alle davor Angst haben, dass die Batterie einfach danach halt nicht mehr die Leistung erbringt, wie nach einem halben oder einem Jahr. Und dass jetzt hier eine Forderung wirklich aufkommt, auch noch die Ladekosten zu senken, das ist blanker Hohn. Das ist eine bodenlose Frechheit und ein Schlag ins Gesicht für jeden Verbrennerfahrzeugfahrer, wie auch ich einer bin, denn diese Förderung, die sie haben, damit sollen sie doch mal ruhig sein. Das ist doch schon viel mehr, als viele andere bekommen. Also überlegt euch das doch einfach mal. Wenn ich jetzt ein neues Fahrzeug haben möchte, dann gucke ich jetzt auch im Gebrauchtwagenbereich, mein Fünfer hat 8.000 Euro gekostet. Der hat eine Anhängerkupplung, der hat über 240.000 damals auf der Uhr gehabt, als ich ihn gekauft habe. Das ist ein top Fahrzeug. Wenn es mal ein Elektroauto in diesem Altersbereich mit der Laufleistung und mit Anhängerkupplung gibt, für 8.000 Euro, da könnte ich darüber nachdenken. Aber aktuell, diese Situation, das mache ich nicht mit. Aber schreibt eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten und ciao.